Dungeons & Denglish Und ich habe erst geschaut, ob ich das Rätsel der Sphinx nehme, aber das kennt eh schon jeder, das werden wir später auch noch erwähnen. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich lasse jetzt Chatschibiti ein Rätsel schreiben. Und es ist ein großartiges Rätsel geworden, Marie. Du musst raten, was die Lösung ist. Also, ich lese einfach mal vor. Zwei Seiten, doch eine schweigt. Erzählten Stimmen, was Wunder zeigt. Dungeons & Drachen, ein Spiel im Klang. Fantasie entfesselt ein Abenteuerfang. So sagt mir, Wanderer, kannst du verstehen? Das Rätsel, das sich hier zeigt, offen und schön, tief in dir verborgen, die Antwort bereit. Ein Podcast über D&D. Was ist das weit und breit? Hast du eine Ahnung, was die Antwort... Das ist weit und breit, am Ende so ein bisschen rätseln. Ach, das war der Teil, der dich gestört hat. Hast du eine Ahnung, was die Antwort auf dieses Rätsel sein könnte, Marie? Nein, ich bin komplett ahnungslos. Ich habe mir auch lange den Kopf drüber zerbrochen. Aber falls ihr die Antwort wisst, könnt ihr es uns ja in die Kommentare schreiben. Okay, sorry, was war dein Intro? Meine Oma aus NRW liegt im Oktober nach Ägypten mit so einer betreuten Reisegruppe. Ich finde es toll, dass sie das macht. Die Frau ist noch keine 70, die ist jetzt alleine und jetzt erlebt sie noch mal was. Aber sie macht meine Mutter seit einem halben Jahr irre wegen dieser Ägyptenreise. Und dann hat sie gesagt, sie freut sich schon so zu mir am Telefon, weil sie sieht dann die Spinks endlich mal live. Die Spinks? Die Spinks. Ganz großer Spinks-Fan. Und die Pyramiden und die Spinks. Ich würde auch super gerne mal nach Ägypten. Also das ist eins meiner Ziele, das ich noch abhaken möchte in meinem Leben. So die Pyramiden von Gizeh sehen. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich meine, du kommst dann da an und im Endeffekt ist es ein riesiger Berg aus Steinblöcken. Und, aber ich glaube, dass es das trotzdem wert ist. Wow, Aaron, okay, kulturhistorische Monumente mal eben in einem Satz zerstört. Sind im Prinzip riesige Steinblöcke. Das mit den Pyramiden ist super spannend, wirklich. Aber ich meine, es ist halt, also. Meine Theorie ist, dass die umgedreht aufgebaut wurden und dann hat man sie umgedreht und hingestellt. Ich habe das mal in irgendeinem blöden Roman gelesen und ich dachte mir so, was geht in deinem Hirn ab, Autor? Also es gibt viele Theorien. Ich glaube, die ist wahrscheinlich eine der weniger wahrscheinlichen. Gut. Also soweit ich das mitbekommen habe, ist die gängigste Theorie, wie die Pyramiden früher erbaut wurden, diese interne Rampentheorie. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, heute geht es auch nicht um Pyramiden, sondern um Spingsen. Genau. Und du sagst schon die ganze Zeit falsch. Der Plural von Sphinxen, äh, Moment, der Plural von Sphinx ist nämlich Sphingen. Du meinst Spingen? Ich werde auch Sphinxen sagen. Also man kann Sphinxe sagen, aber eigentlich korrekter wäre Sphingen mit S-P-H-I-N-G-E-N. Okay, ja, die S-C-H-Laute sind für die Westfalen jetzt eh nicht so unbedingt das Ding, aber ich reiße mich zusammen und sage heute auch Sphinx und nicht wie meine Oma. Okay, gut. So, dann, liebe Taubenfreunde, was ist eine Sphinx überhaupt? Gesehen habt ihr es wahrscheinlich schon mal irgendwo, kommen in super vielen Filmen, Medien, Spielen und so weiter vor. Sogar in Super Mario, da gibt es den Super Mario Odyssey des Sphinx, die der auch ein Rätsel stellt. Und meistens sind es irgendwelche komischen Viecher, die halb Löwe sind, halb Mensch, teilweise Flügel, teilweise nichts, teilweise auch nicht halb Mensch, sondern halb irgendein anderes Tier. Aber es sind in der Regel so halb Löwenmythen gestalten. Das heißt, es ist der mythische Wolpertinger. Genau. Und Sphinxen sind eins meiner absoluten Lieblingsmonster in D&D. Und ich habe die Folge jetzt mal rausgekramt, die ich eigentlich schon vor längerem recherchiert habe, damit ihr auch mal was darüber erfahren könnt. Jedenfalls haben die Sphinxen eine sehr umfangreiche Geschichte und Mythologie hinter ihnen. Und die umspannt sowohl die reale Welt als auch das Multiversum von D&D. In der alten ägyptischen Mythologie galten Sphinxen als Wächter von heiligen Orten, Tempeln und Gräbern und sie wurden als Symbole der Weisheit und als Hüter von Geheimnissen verehrt. Zumindest denken wir das, denn die Überlieferungen aus der Zeit sind sehr vage und sehr wenige. Also was wir wissen ist, dass viele der alten Pharaonen in Sphinxform aufgestellt wurden. Also das Einzige, was wir über Sphinxen wirklich noch haben, woraus wir unsere Kenntnisse ziehen, sind diese Sphinxfiguren, diese großen Steinstatuen. Die bekannteste davon, die Sphinx von Gizeh, die vor den Pyramiden steht. Und der Rest ist eigentlich nur Interpretation. Die ganze Mythologie drumherum, die wurde zum Teil auch erst später hinzugedichtet. Unter anderem während der Renaissance-Zeit, wo viel wieder auf ägyptische Mythen zurückgelangt wurde. Und bei Asterix und Obelix. Und bei Asterix und Obelix. Aber jedenfalls in D&D haben die Sphinxen diesen Ruf geerbt, dieses Mysteriösen. Und Sphinxen in D&D tauchen zum ersten Mal auf im Original Monster Manual von 1977, wo sie als furchterregende, rätselstellende Feinde dargestellt werden. Mit Rätseln, die genauso tödlich sind wie ihre Klauen. Wir wissen ja, bei vielen Monstern war die Lore in der ersten Edition noch ziemlich mau. Miau. Und das Spiel hat sich über die Jahre dann weiterentwickelt und die Lore drumherum wurde immer umfangreicher und so weiter. Die Sphinxen sind also ein bisschen eine Ausnahme, denn schon in AD&D wurden wir in das Konzept von verschiedenen Sphinx-Arten eingeführt. Und, haltet euren Zauberhut fest, meine Freunde, es gibt vier Stück davon. Zumindest damals ist es jetzt nämlich genau andersrum. Die fünfte Edition hat abgebaut und es gibt in der fünften Edition nur noch zwei große Sphinx-Arten. Ich meine, wofür braucht man auch fünf Arten von Mischwesen, die Rätsel stillen? Ich glaube, der Hauptgrund für diese Unterscheidung war, dass man sie den Spielern entgegenwerfen kann, unabhängig davon, auf welchem Level sie jetzt sind. Wobei es einen kleinen Unterschied gibt. Also kommen wir zu den Arten. Es gibt die Hierarchus-Sphinx. Die war früher Challenge 5. Also das letzte Mal, dass sie gereprintet wurde, war in der dritten Edition. Dann kommt auf Challenge 7 die Krios-Sphinx. Und dann kommen auf 11 und 17 die Gynos-Sphinx und die Andros-Sphinx. Und die Hierarchus-Sphinx und die Krios-Sphinx unterscheiden sich von der Andros-Sphinx und der Gynos-Sphinx insofern, dass die Hierarchus-Sphinx einen Adlerkopf hat statt einen Menschenkopf und die Krios-Sphinx einen Widderkopf statt einen Menschenkopf. Und die zwei niedrigeren Sphinxen, also die Hierarchus-Sphinx und die Krios-Sphinx, waren auch mehr, also ich würde jetzt sagen wilde Bestien, aber sie waren zumindest nicht so begabte Zauberwirker, beziehungsweise hatten die gar keine Zauber zur Auswahl, sondern hatten vielleicht irgendwie magische Kraft, die sie angetrieben hat, aber waren in erster Linie eigentlich nur Monster. Die Andros-Sphinx und die Gynos-Sphinx dagegen sind nämlich mächtige Magier. Und ich würde sagen, auch beide relativ gleich stark. Die fünfte Edition schreibt, dass es eigentlich nur eine Art von Sphinx gibt und die Unterscheidung, die findet statt nach dem Geschlecht. Vielleicht kannst du es dir erst denken, welche der beiden die weibliche Sphinx ist. Nee. Die Gynos-Sphinx ist die weibliche, denn Gynos ist griechisch für weiblich. Ach so, stimmt. Genau, und andersrum Andros-Sphinx für männliche Sphinx. Ich habe gerade überlegt, ob der Gynäkologe der für die Frauen oder die Männer ist. Und da dachte ich mir so, ach nee, das ist ja der Urologe. Ich dachte, das müsstest du wissen. Was? Wie? Ja, der bei den Männern. Also, okay, gut. Okay. Und es war nicht so ewig lang überlegen. Weißt du, die Leute haben uns jetzt gebeten, ob wir Outtakes am Ende reinschneiden können von den Sachen, wo wir uns verquatscht haben. Wir können eine ganze Folge von Outtakes schreiben. Da kommen dann auch die Witze rein, von denen ich dachte, dass sie zu schlecht waren, die ich auch rausgeschnitten habe. Oh, ist es wieder schlank. In unserer URT-Folge hatten wir sehr viele Outtakes, aber die konnte ich nicht mit gutem Gewissen drin lassen. Okay, gut. Jedenfalls, wir haben diese Halbwesen, die offenbar zum Teil zaubern können und zum Teil nicht und andere Köpfe haben. Große Sache. Was macht die jetzt aus? Große Sache im Sinne von Große Köpfe? Die auch, genau. Okay. Eine Sphinx bewahrt in der Regel was. Sphinxen sind ganz, ganz typische Wächterkreaturen. Und das sind nicht Wächter, die von irgendjemandem beauftragt wurden, sondern von jemandem sehr spezifischem, nämlich einer Gottheit. Von der Sphinx bewahrte Geheimnisse und Schätze sind göttlich geschützt. Und normalerweise ist jede Sphinx im D&D Multiversum, also nach der standardmäßigen Lore, auf einer göttlichen Mission unterwegs. Die Sphinx ist allerdings nicht da, um da niemanden jemals reinzulassen, sondern der Sinn von der Sphinx ist, nur die Leute reinzulassen, die es verdient haben. Und also erst mal, bevor wir auf dieses Rätselthema kommen, wie blöd ist dieses Konzept? Wie blöd? Hm, oh, du bist ein heiliger Ritter, der in der Mission unterwegs ist, der Menschheit Gutes zu bringen, aber du kannst mein Rätsel nicht lösen. Nee, dann bist du raus. Ach, du bist irgend so ein Evil Dude, der eine böse Potion zusammenstellen will, um die Welt zu vernichten. Ah, du hast Intelligence 20 und die Lösung zu meinem Rätsel fiel dir ein. Ja, du bist würdig, komm rein. Ja, ich meine, jetzt wo du sagst so, oh, ich bin der König Arthus, ich habe mein Schwert aus dem Stein gezogen, aber ich habe nicht durch die Tür dürfen, weil ich nicht gewusst habe, welche Scheibe nachts am Samthimmel fliegt oder so. Hast du Monty Python's Ritter der Kokosnuss gesehen? Natürlich. Da kommt doch diese Stelle, wo sie das Rätsel von dem Mann auf der Brücke lösen sollen, wo es irgendwie darum geht, wie schnell eine Schwalbe oder so von Punkt A nach Punkt B fliegt. Dann sagt Arthus, eine amerikanische oder eine britische Schwalbe. Und dann fliegt der Typ, der das Rätsel gestellt hat, selber weg, weil er die Antwort nicht weiß. Also ich glaube, das Rätsel war es. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich finde, das ist ein großartiges Konzept. Also wenn man nicht so viel drüber nachdenkt, zumindest aus der Spielperspektive, weil am Ende des Tages sind wir halt ein Spiel. Ich sage ständig am Ende des Tages. Das ist mir letztens beim Schneiden meiner Podcasts aufgefallen. Ich fühle mich schon fast, wie der Alois aus unserem befreundeten Podcast Don Voyage, der ständig sagt, was sagt er ständig? Der ständig im Endeffekt sagt und sich dann immer hasst, dass er im Endeffekt sagt. Und dann gibt es immer so ein im Endeffekt, ah, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Und ich fühle mich jetzt auch so. Nur, dass ich ständig sage, am Ende des Tages, was fast dieselbe Redewendung ist übrigens jetzt, wo ich darüber nachdenke. Okay, jedenfalls ja, checkt den Don Voyage Podcast aus, falls er auf One Piece TCG steht. Wo waren wir gerade? Rätselsystem dumm. Rätselsystem. Großartig. Und die Sache ist die, da diese Geheimnisse und Schätze, die hinter den Rätseln versteckt sind, göttlich geschützt sind, gibt es diesen Mechanismus, dass wenn jemand den Test nicht besteht, der Pfad zu besagten Geheimnissen verschwindet. Das heißt, sogar wenn die Sphinx besiegt wird, bleibt der Zugang zu den Schätzen oder der Location oder was auch immer verschlossen. Manchmal hat die Sphinx auch die Macht, den entsprechenden Versager magisch zu entfernen, aber meistens endet so ein Fehlversuch auch tödlich. Ja, also, ist halt für so eine Party manchmal so ein Turning Point. Entweder man geht einfach wieder oder man beantwortet das Rätsel mit dem Risk, dass die Antwort falsch ist und man stirbt. Genau. Ich sage später noch was dazu. Ich habe hier ausnahmsweise auch mal einen Teil drin, was ich als DM mit der Sphinx anstellen würde und die D&D-Lore ist für mich immer recht flexibel. Man muss sich bei vielen Sachen nicht genau dran halten und die Sphinx ist ein so ein Punkt, wo ich sogar empfehlen würde, die Lore so ein bisschen zu beugen und das sage ich als jemand, der mit der Marie gemeinsam einen Podcast über D&D-Lore macht. Die ist halt nicht das End-All-Be-All. Die Floskel habe ich noch nie gehört. Das End-All-Be-All. Das ist eine englische Floskel. Natürlich hört man die im Deutschen nicht so oft. Sorry. Sterbliche begegnen Sphinxen meistens in alten Gräbern und Ruinen, aber manche haben auch eigene Demi-Planes, also Zwischenebenen. Genauso kann es passieren andersrum, dass eine Sphinx dich mitten während dem Gespräch an so einen Ort transportiert oder dass du sie erst aus der Zwischenebene herweilrufen musst, damit du dich ihrem Rätsel stellen kannst. Wir haben jetzt gesagt, normalerweise sind die Sphinxen von Göttern geschickt. Es kann aber durchaus mal vorkommen, dass eine Sphinx von ihrer göttlichen Bestimmung abweicht. Entweder mehr so gefallener Engel-Style, dass sie sich abgewandt hat von ihrem Gott oder dass sie ihre Bestimmung einfach im Laufe der Jahre vergessen hat oder sie in Vergessung geraten ist. Leiden Sphinxen unter Demenz? Ne, Sphinxen sind super gescheit. Und ich denke, das ist ein 1A-Punkt, dass wir mal in den Stat-Block der Sphinxen reinschauen. Es gibt zwei Sphinxen, die erwähnenswert sind in der fünften Edition, nämlich die Gynos-Sphinx und die Androsphinx. Und eine davon ist schwächer als die andere. Willst du raten, Marie? Natürlich die Androsphinx. Ne, ich weiß, dass die Gynos-Sphinx schwächer ist. Schon ein bisschen sad, dass die Frau die Schwächere ist. Ja, wobei man dazusagen muss, in D&D ist es vielleicht ein bisschen ein Vorteil, wenn man die Gynos-Sphinx dann öfter sieht. Wow, das ist ja eine tolle Begründung. Fantastisch. Ja, die Gynos-Sphinx ist nämlich Herausforderungsgrad 11. Das heißt, man kann sie easier mal in eine Kampagne einbauen, während die Androsphinx erst auf Welt 17 ist. Und die haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Also ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber sie sind körperlich sehr stark. Also sie haben überall 18, außer auf Geschicklichkeit 15, Konstitution 16, weit über 100 Leben, können fliegen, resistent gegen nicht magischen Schaden, haben eine eigene Sprache übrigens, die Sphinx-Sprache. Und anfangen tut es bei der Gynos-Sphinx mit der Fähigkeit undurchschaubar. Sphinxen sind nämlich immun gegen jeden Effekt, der ihre Emotionen spüren oder ihre Gedanken lesen würde, sowie gegen alle Erkenntniszauber, deren Effekt sie nicht bewusst zulassen. Das heißt, ein Bade beißt sich an er, beziehungsweise jeder, der so Detect Thoughts und so gern benutzt, beißt sich an denen einfach die Zähne aus. Ganz genau. Ich meine, sonst könntest du dich ja einfach durch das Rätsel cheapen. Sie stellt dir das Rätsel und du so, Detect Thoughts, woran denkst du gerade? Und die singst du ja entdessen so, Pizza, 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 Pizza. Blauer Elefant, oh nein, ich habe daran gedacht. Mist. Ich benutze das übrigens super gerne im Zauber. Ich finde Detect Thoughts ist jetzt natürlich kein Zauber, der sich so easy peasy nice im Kampf benutzen lässt. Aber wenn man gerade versucht, was zu erfahren von jemandem, der nicht gesprächsbereit ist, ist es ein sehr cooler Zauber. Ja. Und das Coole ist, die Sphinxen sind alle Magier. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt. Denn die Gynos-Sphinx hat so spannende Zauber drin wie Verbannung. Und wenn sie dich nicht mag, dann wirst du halt gebannischt. Und dann bist du einfach mal eine Minute weg. Außer du kommst nicht von der materiellen Ebene, dann bist du potenziell deutlich länger weg. Sphinxen haben legendäre Aktionen. Damit können sie angreifen, wenn sie nicht dran sind, zaubern, wenn sie nicht dran sind und sich teleportieren. Und was die Androsphinx von der Gynosphinx unterscheidet, hauptsächlich außer den noch höheren Stats, noch höheren Leben, ist die Brüllenfertigkeit. Die Androsphinx kann nämlich dreimal pro Tag brüllen. Das ist ein magisches Brüllen. Und jedes Mal, wenn sie brüllt, dann wird es lauter und erzielt einen anderen magischen Effekt. Und du möchtest nicht, dass die Sphinx dich anbrüllt. Ich möchte allgemein von niemandem angebrüllt werden. Von keiner Sphinx. Und auch nicht von irgendwelchen Menschen oder so. Das erste Brüllen verängstigt jeden, der es hört. Das zweite Brüllen macht jeden, der es hört, taub für eine Minute und gelähmt. Und das dritte Brüllen macht potenziell bis zu 8 wie 10 Schaden. Was wärst du lieber? Ängstlich, taub oder verletzt? Ängstlich? Ich glaube, ich wäre lieber ängstlich, Marie. Stell dir mal... Oh, das ist eigentlich eine interessante Frage, die ich dir jetzt stelle. Wir sind im Spiel. Und Nesphinx benutzt auf einen ihrer Spieler, deinen Spieler im Kampf, die Bandage-Sache. Würdest du diese eine Minute, das sind ja sechs Runden, wenn die jetzt auf der, keine Ahnung, nebene Ebene der Hölle wäre oder so, die Person, würdest du die mit der ausspielen? Kommt drauf an, ob sie da was machen möchte. Es könnte ja auch sein, dass sie angegriffen wird oder so. Ich glaube, normalerweise banischt dich Banishment in eine harmlose Demiplane, wo nicht viel passiert. Ach so, das ist ja langweilig. Genau, ich meine, das kann man immer ein bisschen umschreiben. Die Sphinx, die banischt dich dann in das Herz der Pyramiden von Gissel zum Beispiel. Oder so. Aber jenseits dieser Zauber und der legendären Aktionen gibt es noch ein Set an Aktionen, das den Sphinxen zur Verfügung steht. Und zwar eigentlich immer, wenn du gegen sie kämpfst, weil eine Sphinx bewacht ja was. Und den Ort, den sie bewacht, das ist der Hort der Sphinx, ihre Leer. Und da hat sie dann ihre Hortaktionen. Jede Runde bei Initiative 20 kann die Sphinx eine Hortaktion ausführen. Und die Hortaktionen lese ich jetzt einfach mal vor. Und ich würde sagen, nach jeder Aktion sagst du mir, gute Aktion, keine gute Aktion. Warum? Erstens, der Fluss der Zeit wird so verändert, dass alle Kreaturen im Hort ihre Initiative neu würfeln müssen. Die Sphinx kann sich entscheiden, selbst nicht neu zu würfeln. Witzige Aktion. Finde ich. Ja, das ist super. Weil das hat sowas. Das ist so ein typischer, mysteriös, magischer Effekt, finde ich. Und wenn die Sphinx hochgewürfelt hat, sie kann es quasi einfach so oft neu probieren, bis sie dann irgendwann mal hochgewürfelt hat. Und dann lässt sie halt alle anderen neu würfeln, damit die niedriger drankommen. Wie lustig ist das vor allem so. Stell dir vor, du würfelst das erste Mal eine Initiative gegen die Sphinx und dann freuen sich wieder ein paar Spiele so, oh, ich habe eine 24. Weil aus irgendeinem Grund würfeln Leute, Initiative immer absurd hoch. Und dann müssen sie noch mal würfeln und haben eine 7. Genau. Okay, zweitens. Die Auswirkungen der Zeit werden so verändert, dass alle Kreaturen im Hort einen Konstitutionsrettungswurf gegen Schwierigkeitsgrad 15 schaffen müssen, um nicht einwehe 20 Jahre älter oder jünger zu werden. Wahl der Sphinx. Aber niemals jünger als ein Jahr. Der Zauber vollständige Genesung kann eine Kreatur wieder ihr normales Alter zurückgeben. Stell dir vor, du spielst so wie zum Beispiel Damian gerade in einem 19-Jährigen spielt und wir haben dann so ein einjähriges Baby mit dabei. Oder so einen 5-Jährigen. Dann bist du aus dem Spiel draußen effektiv. Bis du vollständige Genesung als Zauber abbekommst. Ja, wobei ein 5-Jähriger ja immer noch halbwegs denken kann. Halbwegs? Marie, die Grundschullehrerin, sagt, oh, meine Schüler können halbwegs denken. Ja, die haben halt ein kindliches Verständnis. Das meine ich damit. Das hast du schön gesagt, Marie. Gut. Drittes. Der Fluss der Zeit im Hort wird so verändert, dass sich alles darin 10 Jahre vorwärts oder rückwärts bewegt. Nach Wahl der Sphinx. Nur die Sphinx ist sich der Zeitveränderung sofort bewusst. Der Zauberwunsch kann ein Zauberwerker und bis zu 7 andere Kreaturen, die der Zauberwerker bestimmt in ihre normale Zeit zurückschicken. Ich check's nicht. Du kämpfst gegen die Sphinx und nach dem Kampf, wenn du wieder rausgehst aus der Pyramide, stellst du fest, hupsi, es ist irgendwie jetzt 50 Jahre später als vorher. Das ist irgendwie ganz schön bitter. Oder 20 Jahre früher. Oder sie hat 20 Jahre in die Zukunft geredet und dann wieder 20 Jahre in die Vergangenheit. Und dann bist du in einer parallelen Vergangenheit. Okay. Nee, aber das ist ein potenziell Kampagnen verändernder Effekt. Das sollte man sich gut überlegen als Dungeon Master, wie man das einsetzt oder nicht. Vierter Effekt. Die Sphinx verschiebt sich und bis zu 7 andere Kreaturen, die sie sehen kann und die sich in ihrem Hort befinden, auf eine andere Existenzebene. Sobald die Sphinx sich außerhalb ihres Horts befindet, kann sie ihre Hortaktion nicht verwenden, aber sie kann als Bonusaktion in ihrem Zug in ihren Hort zurückkehren und bis zu 7 Kreaturen mitnehmen. Mächtig. Weißt du, wie ich das lese? Du kämpfst gegen die Sphinx und wenn sie gerade überhaupt richtig keinen Bock auf dich hat, dann nutzt sie ihre erste Hortaktion, um dich nach Avernus zu teleportieren oder weiß Gott wohin. Und in ihrem nächsten Zug nimmt sie ihre Bonusaktion und teleportiert sich zurück und lässt dich da stehen in der Hölle. Und dann irgendwann, sechs Wochen später, kommst du zurück überall mit Narben und Verbrennungen. So, Entschuldigung, da kann ich das Rätsel nochmal probieren. Und dann passiert das selbe. Also jetzt mal ganz ehrlich, welcher Abenteurer kommt denn auch auf die Schnapsidee, gegen die Sphinx kämpfen zu wollen? Und da kommen wir perfekt zur Überleitung, Marie. Denn jetzt kommt nämlich die Frage, wie baut man als TM am besten den Sphinx in seiner Kampagne ein? Oder wie mache ich das? Oder in One-Shot? Oder wie auch immer halt. Und der klassische Ansatz ist der, den das Buch auch, wie sagt man, unterstützen möchte, nämlich die Sphinx als Wächter von irgendeinem heiligen Tempel oder einem alten Artefakt einzusetzen. Das heißt, man kann sich überlegen, suchen meine Abenteurer hier gerade nach einem bestimmten Ort, den die Sphinx bewachen soll oder nach einem bestimmten Gegenstand, den die Sphinx bewachen soll. Und das allein sind zwar nur zwei Möglichkeiten, aber ich behaupte mal, auf Basis dieser zwei Fragen kann man ganze Campaigns schreiben. Also eigentlich, wir suchen Artefakt X, ist buchstäblich, zumindest gefühlt, zwischen den Zeilen, der Hauptplot von 50% aller offiziellen D&D-Abenteuer. Wenn ich so drüber nachdenke, ja, das stimmt irgendwie. Ja, verrückt, oder? Die Sphinx kann halt aber auch genauso die Gruppe mit irgendeiner Aufgabe betrauen. Also entweder direkt als gottgesandter Questgeber oder auf einer kleineren Skala vielleicht mit dem Lösen von einer Reihe von Rätseln oder dem Absolvieren irgendeiner schwierigen Prüfung, um ihre Würdigkeit für XYZ zu beweisen. Und das Erfolgreiche Erfüllen so einer Aufgabe, könnte dann halt mit wertvollen Informationen, magischen Gegenständen oder sogar einem Bündnis mit der Sphinx selbst einhergehen. Soweit, so gut. Sphinxen sind bekannt für ihre Vorliebe für intellektuelle Herausforderungen. Müssten ja auch nicht unbedingt Rätsel sein, sondern es kann auch Memory sein. Oder Viergewind. Also in der Regel nicht, aber stell dir vor, du hast hier die Viergewind-Sphinx. Und du spielst Uno. Die Uno-Sphinx. Ja. Definitiv massive intellektuelle Herausforderungen. Oder du spielst der Runde Matschkin. Stell dir vor, oder der D&D gibt dir plötzlich so Munchkin-Karten und du musst Munchkin gegen dieses Sphinx spielen. So, aber jetzt kommen wir hier mal zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, den ich anders machen würde als die offizielle Lore. Denn für mich sind Sphinxen eine Lösung für ein grundlegendes Problem, das D&D mit Rätseln hat. Weil Rätselwettkämpfe können eine ganz, ganz spannende Spielebene sein. aber das grundlegende Problem mit Rätseln in D&D meiner Meinung nach ist, dass Spieler die Rätsel entweder lösen und dann sind sie happy oder sie lösen sie nicht und dann sind sie unhappy. Oder es geht ihnen halt irgendwas durch die Lappen. Und das ist per se schon in Ordnung, aber es sorgt halt für Frustration bei den Spielern, weil sie halt sich denken, oh wir haben hier was verpasst, wir wissen nicht mal was, oh Meno, jetzt sind wir nicht auf das Rätsel draufgekommen und entweder ist es dann so, also das wäre eigentlich der Worst Case, dass der DM gar nicht drauf vorbereitet war, oh Mann, ich dachte meine Spieler wären smarter, dass die da drauf kommen, jetzt muss ich ihnen irgendwie Tipps geben, dass sie das Rätsel doch irgendwie lösen und dann haben die Spieler im schlimmsten Fall noch das Gefühl, dass sie gar keine Handhabe gehabt haben, denn der DM wollte halt, dass sie es an diesem Rätsel vorbeischaffen. Und es ist auch auf der anderen Seite ein schlechtes Gefühl, wenn man die Session zu Ende spielt und dann kommen die Spieler immer mit, was wäre denn die Antwort auf das Rätsel gewesen? Und wenn es der DM dann verrät, dann denkt man sich auch, hätte ich auch drauf kommen können, wie auch immer, bla bla. Und da kommt bei mir die Sphinx ins Spiel, denn mit einer Sphinx kann man es halt so machen, dass die Spieler entweder das Rätsel lösen und dass sie dann happy sind und dann kann man das Rätsel auch bewusst schwierig machen oder wenn die Spieler es nicht schaffen, dann macht man halt einen fetten Bosskampf draus und die Sache wird trotzdem episch, weil die Sphinx, die macht halt auch einen guten Bossgegner mit ihren Legendary Actions und mit ihren Leer-Actions. Aber das Artefakt bekommt man trotzdem nicht. Naja, wie gesagt, das würde ich dann so anpassen, dass du, wenn du die Sphinx besiegst, dass du dich vielleicht dann trotzdem als würdig erwiesen hast. Aber es ist trotzdem irgendwie ein erfolgreicheres Gefühl, wenn man das Rätsel schafft. Ich weiß noch, wir sind auch mal einer Sphinx begegnet und wir haben irgendwie echt lange für dieses Rätsel gebraucht und es gab pro Person einen Versuch und ich glaube, wir haben es auch die vorletzte Person geschafft. Ich gebe mir immer Mühe mit meinen Rätseln, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, was das für eins war. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Das bekannteste Rätsel ist ja das Rätsel der Sphinx von Oedipus. Kennst du das? Ne. Oh, dann wird es spannend. Es ist am Morgen vierfüßig, am Mittag zweifüßig, am Abend dreifüßig. Von allen Geschöpfen wechselt es allein mit der Zahl seiner Füße. Aber eben, wenn es die meisten Füße bewegt, sind Kraft und Schnelligkeit seiner Glieder ihm am geringsten. Hä? Mori sitzt so hier überlegt und dann kommt Hä? Also, zu meiner Verteidigung, es ist neun Uhr morgens und ich habe das schon ein paar Mal gesagt im Podcast, ich bin ein riesiger Morgenwuffel. Man kann mit mir morgens eigentlich nicht so viel anfangen, aber ich bin einigermaßen fit dafür zum Aufnehmen. Okay, schwer zu sagen, ob ich draufgekommen wäre, wenn ich es nicht schon gewusst hätte. Aber ich meine, es ist so ein bekanntes Rätsel, dass ich dachte, dass die Antwort... Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, irgendwie sowas wie der Schatten oder so, aber es macht keinen Sinn. Ne, das macht keinen Sinn. Die Antwort ist der Mensch. Der Mensch ist nämlich als Kind auf all seinen Gliedmaßen unterwegs, weil er am Boden lang krabbelt. Wenn er erwachsen ist, läuft er auf zwei und als alter Mann hat er noch den Krückstock, um ihn abzustützen. Ich dachte, als alter Mann verliert er ein Gliedmaß. Okay, großartig. Das Monster Manual hat auf der Sphinxenseite auch ein schönes Rätsel drin. Allerdings ist es auf Deutsch lang nicht so schön wie auf Englisch, aber ihr könnt mal schauen, ob er draufkommt. Bin ich auch nicht draufgekommen. Auf Englisch verreimt es sich. Ich lese es mal vor auf Deutsch und auf Englisch. Oder soll ich es vorlesen? Oh ja, mach das bitte. Ich lese es vor mit meiner melodischen Stimme. Und zwar Auf Englisch ist es round she is yet flat as a board altar of the lupine lords jewel on black velvet pearl in the sea unchanged but ever changing eternally. So, ich habe gestern auch darüber nachgedacht, weil sie haben es wirklich spannend gemacht. Sie haben nämlich keine Antwort dazu geschrieben, wobei die Antwort für mich als Rätsel Enthusiasten jetzt natürlich nicht so schwer war, aber ich glaube, ich löse es hier mal nicht auf. Wisst ihr, was wir machen? Wir lösen es auf nach unserem Outro. Weil wir sind jetzt eh bald fertig und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr, nachdem ich wieder den Ding sag, einfach ausschaltet oder nicht. Und ihr könnt die Antwort in die YouTube-Kommentare schreiben. Oder Spotify-Kommentare gibt es jetzt auch, oder? Es gibt Spotify-Interactions. Das Problem ist, das wollte ich immer ansprechen, dass ich auf eure Spotify-Interactions leider nicht antworten kann. Das heißt, vielleicht machen der Aaron und ich demnächst mal eine kleine Runde, wo wir fragen, die ihr euch in die Interaktion gestellt habt, mal beantworten, weil ich darauf leider nicht antworten kann. Wir haben letztens eine richtig nette Interaction auf Spotify bekommen von einem, weißt du noch, wie er hieß? Nils, glaube ich. Ja, Nils. Der geschrieben hat, er hat dank uns mit den Indie-Spielen angefangen und hat seine Freunde jetzt dazu gebracht. Da habe ich mich super gefreut. Nils war noch sehr jung, er war erst elf oder 13? 13 war er, glaube ich. 13, genau. Genau. Also, falls du uns gerade zuhörst, Nils, Shoutout an dich und Shoutout an deine Freunde. Viel Spaß beim Spielen. Genau. Eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, habe ich eh nicht mehr so viel zu sagen. Also, das Fazit ist quasi, man kann die Sphinx super einbauen, einfach als Rätselgeber, als Blockade, als Wächter für irgendein Ding, aber halt auch als faszinierend wiederkehrenden NPC, der dann die Rolle einnehmen kann von einem Mentor, Verbündeten, gelegentlichem Gegner und der ganze Weisheits, magische Fähigkeiten Geruch macht sie halt dann zu dem idealen Ratgeber-Unterstützungskarakter. Gut. Dann bleibt noch eine Sache offen, nämlich auf einer Skala von einer bis vier Sphinxen. Was gibst du Sphinxen? Ich gebe der Sphinx vier von vier Sphinxen. Vier von vier Sphinxen, so ist es gut. Ja, sehr gut. Vier Sphinxen. Ist so ein Westfalen-Ding, ne? SCH. Meine Mutter kann zum Beispiel nicht Kirche und Kirsche sagen. Das klingt bei ihr beides gleich. Gute Besserung. Das wird schon wieder. Gut. Vier von vier. Ich fände Sphinxen, super cool. Sehr gute Sphinxen. Sphinxen. Big Fan. Ich habe mich auch sehr gefreut, als sie in Mario Odyssey vorkam. Genau. Gut. Dann? Die Spingen, die Römer. War ich der Aaron? Und ich bin die Marie. Adieu. So, gehen wir nochmal ganz kurz über das Rätsel. Wo war es? Hier. Rund ist sie doch auch flach wie ein Brett. Damit ist ganz klar meine Ex-Freundin gemeint. Hallo? Ich sitze neben dir. Bist du ein Honk? Entschuldigung. Fick dich, Ahon. Nee, ich meine, das war, Entschuldigung. Aber ich finde, das ist ein gutes Meme. Nein. Nee. Okay, nee. Rund ist sie doch flach wie ein Brett. Altar der Wolfsfürsten, Juwel auf schwarzem Samt, Perle im Ozean unverändert doch auf ewig wechselhaft. Ich fange mir andersrum an. Die Lösung ist der Mond. Ah, ich bin komplett verwirrt gewesen von dem Altar der Wolfsfürsten. Der Mond ist rund, aber aus der Perspektive, die wir sehen, ist er flach wie ein Brett. Altar der Wolfsfürsten wegen den Wehrwölfen, Juwel auf schwarzem Samt, der Mond im Nachthimmel, Perle im Ozean, wenn er sich im Meer spiegelt, unverändert, weil er immer gleich ist, doch auf ewig wechselhaft, weil der Mond zunehmt und abnimmt. Schönes Rätsel, oder? Ich sage nicht, was ich dachte, was es ist. Was dachtest du, dass es ist? Ich habe irgendwie so gedacht, so, keine Ahnung, die Erde oder so, aber ich habe irgendwie so, ich wäre gestorben. Sag mal so, ich wäre einfach gestorben. Oder ich wäre gebanished worden. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschaui.